Hallo, ich möchte Ihnen zu Beginn dieses kurzen Videos eine direkte Frage stellen. Haben Sie auch manchmal Unlust, Unmut und Herausforderungen bezüglich Ihres eigenen Vermögens? Haben Sie sich in den letzten Jahren was geschaffen und dennoch nicht so richtig lustig, um dieses Thema zu kümmern? Dann können Sie jetzt gerne weiter zuhören. Ich heiße Christine Descher, ich bin Ihre Wachstumspartnerin und begleite Macher und Visionäre, die für das brennen, was sie tun. Wie sie ihre Logik und ihren Bauch so trainieren, dass sie finanziell nur noch gute Entscheidungen treffen und so frei sind für noch mehr Glück, Wohlstand und Wohltat in dem Leben. Und Sie können sich super gerne mein kostenfreies E-Book herunterladen, den Link finden Sie unterhalb des Videos. Und in dem E-Book geht es um die fünf gravierendsten Irrtümer, die Finanzen bisher, also Apps gemacht haben und sie bisher möglicherweise Tausende von Euro gekostet haben im Jahr. Da sind ganz viele praktische Tipps drin, die Sie einfach, leicht und sofort für sich umsetzen können. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen des E-Books. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit per Mail, per Telefon, auf jeglichen modernen Kommunikationswegen zur Verfügung. Ich freue mich, darauf Sie kennenzulernen und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Ihre Christine Descher, Ihre Wachstumspartnerin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.